Willkommen meine hochverehrten Total Warhammer 3 Multiplayer-Freunde. Heute gibt es ein kleines Tutorial für alle, die vielleicht im Rahmen dieses Turniers auch mal Interesse an Multiplayer haben und es ausprobieren wollen, aber nicht so ganz genau wissen, wie sie eigentlich ihre Armeen aufbauen sollen und was eigentlich eine gute Armee ist und was nicht. Deswegen gibt es jetzt hier auch im Laufe des Turniers das eine oder andere Video, das euch erklären wird, wie man eine Armee aufbaut, welche Einheiten wie gut sind. Und falls ihr mehr davon wissen wollt, lasst mir gerne das Abo da in den nächsten Tagen und Wochen, kommen da mehr Videos dafür. Und falls es euch interessiert, könnt ihr ebenfalls oben beim i in der Tutorial-Leiste eine ganze Reihe von Informationen zu anderen Einheitentypen finden und Affraktion und was Magie ist und so das Ganze. So, das soll uns jetzt erstmal hier nicht stören. Dieses Video zielt vor allem an Leute, die noch nicht so viel mit der taktischen Seite von Total Warhammer 3 am Hut haben und gerne mal ein bisschen mehr dafür erfahren wollen. Darüber erfahren wollen vielleicht, findet auch der ein oder andere alte Hase etwas wieder daran, was vielleicht schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Und eines natürlich vorweg, die Armeen, die wir hier sehen werden, ich werde vielleicht A2 zusammenbauen, damit es auch nicht zu viel wird, das ist nur eine Möglichkeit unter sehr, sehr vielen. Mittlerweile gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 Fraktionen oder so. Und je nachdem, gegen welche Fraktion man kämpft, kann eine gewisse Armeekomposition natürlich besser oder schlechter sein als andere. Und je nachdem, welche Fraktion man nimmt, sind andere Dinge möglich. Deswegen ist dieses Video nur relativ allgemein dazu da, um euch zu zeigen, wie es aussieht, wenn ihr eine möglichst flexible Armee haben wollt, die auf alles vorbereitet sein kann, was meiner Meinung nach auch die besten und interessantesten Armeen zu spielen sind. Gut, wir beginnen mit der Armee des Imperiums und natürlich auch anderen Armeen. Wie gesagt, gilt auch für andere, aber natürlich nicht für alle. Ihr nehmt, ihr könnt, nehmt natürlich einen General mit und auch schon die Generalauswahl kann eine gute und auch eine weniger gute Entscheidung sein, je nachdem, was ihr aufbaut. Es gibt zum Beispiel, machen wir mal so eine Klassiker, Karl Franz. Karl Franz selbst hilft natürlich, kann ich so sagen, wenn ihr wisst, wie die Lords gut funktionieren. Karl Franz ist ein legendärer Nahkampf-Lord mit sehr guten Buffs. Ich empfehle euch am Anfang immer alle Skills wegzunehmen, dann ist alles ein bisschen übersichtlicher. Wenn ihr Karl Franz mitnehmt, dann wollt ihr normalerweise voll Karl Franz gehen. Das bedeutet, ihr wollt, dass er möglichst mobil ist, denn wenn ihr ihn zu Fuß mitnehmt, kommt er nirgendwo hin und er kann nicht so richtig helfen. Das heißt, Karl Franz nehmt ihr mit als Damage-Dealer. Todesklaue, Boom, kommt er überall hin, zerlegt alles. Ihr könnt noch die Ruhenklinge des Reiglands mitnehmen, weil ihr wollt ihn normalerweise mit einer Unterstützungstruppe irgendwo in die Schlacht ziehen oder immer wieder rein dodgen, wenn das Ding aufgeladen ist. Und Karl Franz ist okay, wenn ihr wirklich snipen wollt, den Gegner richtig schnell kaputt hauen wollt, aber kostet halt auch recht viel mit 200 Gold. Und manchmal ist es auch gar nicht so gut, das dabei zu haben, wenn der Gegner zum Beispiel einen Fußlord hat und der fällt einfach um und dann gehen die 39 Sekunden sehr schnell vorbei und dann lohnt es sich gar nicht so sehr. Das Optional meiner Meinung nach, je nachdem, haltet die Linie und haltet die Stellung, sind meistens eine gute Idee. Feindesjäger, vielleicht wenn noch ein bisschen Geld übrig ist, ist, wenn der die Geschwindigkeit und Vitalität ein bisschen optimiert. Dann ist das nochmal euer legendärer Lord. Ihr solltet immer neben eurem legendären Lord oder eurem normalen Helden, ihr könnt auch einen normalen Felder des Imperiums ganz schön günstig mitnehmen, zum Beispiel der ist dann Fußlord. Also wenn ihr nur einen Lord haben wollt, der nicht viel macht und nur da steht, nehmt ihn so mit, haltet die Linie, vielleicht noch halten die Stellung und das war's, steht irgendwo rum und unterstützt eure Infanterie. Nehmt unbedingt immer einen Zauberer mit, das kann auch euer General sein. Wenn zum Beispiel hier Balthasar Geld mitnehmt, dann habt ihr direkt einen Zauberer dabei und der ist auch gar nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, ihn fliegen zu lassen, damit er nicht von irgendwas auf dem Boden gefressen wird oder so. Aber nehmen wir mal an, ihr nehmt einen Zauberer mit. Was sind die guten Zauberer oder nicht? Das ist auch nicht viel. Kommt auch die Fraktion an, kann viel gemacht werden, kann viel ausgesucht werden, hat alles Vor- und Nachteile. Ich empfehle euch, gerade wenn ihr auf Karl Franz geht, ist ein General, der kann ja selbst nicht zaubern, der ist sehr wertvoll, nehmt Heilung mit. Und zwar macht man den ganzen Kram raus, blühendes Leben, weil es eure gesamte Armee heilt. Ihr könnt diesen Zauberer zu Fuß oder auf Pferd mitnehmen. Explosionen nehme ich immer gerne mit, das kostet 100 Gold und das ist eigentlich fast immer wert, wenn ihr es halbwegs ordentlich castet, aber es braucht ein bisschen Micromanagement. Das heißt, auch optional würde ich sagen, Energiestein genauso optional wäre, ist okay, kann man machen, wenn man viel casten möchte. Das heißt, ihr nehmt mit Erdenblut, das heilt mehrere Einheiten um euch herum und ihr nehmt mit zum Beispiel Nachwachsen, das heilt fokussiert eine Einheit, wohingegen Erdenblut mehrere Einheiten, ein bisschen weniger stark heilt. Und dann optional vielleicht noch Erweckung des Waldes, aber das ist dann schon wieder ein aggressiver Spruch. Heilsprüche sind die einfachsten Sprüche, die ihr mitnehmen könnt, die eigentlich sich immer lohnen. Ihr müsst ja auch nicht wirklich auf den Moment achten, wenn es so richtig passt. Erweckung des Waldes oder gerade die Bewohner der Tiefe sind halt schon wieder sehr teure Sprüche, die man im richtigen Moment casten müssen, damit sie ihren Effekt bringen. So, wenn ihr jetzt diese Kombo habt, Karl Franz, ja der Zauberer, könnt ihr jetzt nochmal zweimal Demigreifen mitnehmen. Traditionell werden gerne zwei Demigreifen mit Hellebarden mitgenommen, weil ihr den Bonus gegen Groß haben wollt. Und jetzt habt ihr euren Mörder-Kombo. Klar, ihr könnt auch noch die legendären Demigreifen mitnehmen, die machen Angst und Entsetzen, aber das macht Karl Franz auf seinem Kranich, nee nicht Kranich, sondern auf seiner Todesklarung ja bereits. Jetzt habt ihr schon mal, das ist zum Beispiel euer Kern der Armee, der Damage-Kern. Karl Franz, zwei Demigreifen-Ritter und der Ja, der Zauberer, der ihnen hinterher reitet und mit Erdenblut das Ganze heilt. Das ist eine gute Kombination, um den müsst ihr euch dann kümmern. Dann könnt ihr den Rest der Armee aufbauen, zum Beispiel, eins, zwei, drei, vier Infanterieeinheiten, die eure Linie halten, Speerträger. Dann könnt ihr, was auch immer eine gute Idee ist, eine Großkanone mit reinpacken, um den Gegner und gerade Kavallerie auf Entfernung zu stören, wenn die kaputt geschossen wird und der Gegner sich ein bisschen in, ja, ein bisschen unruhig wird. Und gerade wenn ihr gut schießt, kann die ganze Kavallerie-Regimente wirklich zerstören. Und dann könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen noch zweimal Armbrustschützen mit und vielleicht einmal Musketenschützen. Und das reicht eigentlich als Fernkampf. Das ist schon sehr viel, vier Fernkampfeinheiten. Wenn ihr Fernkampfeinheiten mitbringt, dann müsst ihr mindestens die gleiche Anzahl an Einheiten an Infanterie oder Kavallerie mitnehmen, um diesen Fernkampf zu schützen. Weil sobald der gebunden ist im Nahkampf, ist er halt wertlos. Das heißt, nie zu viel Fernkampf mitnehmen. Immer mehr Nahkampfinanterie und mehr Kavallerie mitnehmen, als ihr Fernkampf dabei habt. Das gilt inklusive auch, wenn ihr Freisteller mitnehmt. Das sind zwar Hybrid-Einheiten, aber die sollten die trotzdem nicht ohne Unterstützung reinbringen. Generell würde ich sagen, doppelt so viele Nahkampfeinheiten als Fernkampfeinheiten. Das ist so eine Richtung, in die man gehen kann. So, beim Imperium lohnt es sich dann noch, zum Beispiel Söhne Siegmas mitzunehmen und vielleicht noch ein Regiment Flagellanten, um irgendwo eine Linie zu stopfen, die ihr wirklich nicht verlieren wollt, weil sie sich praktisch für immer halten. Und wenn ihr wollt und wenn ihr gut seid mit eurem Micromanagement, nehmt noch Plenkler mit. Plenkler, meiner Meinung nach, gehören zu den besten Einheiten, die es gibt im Spiel. Und die wirklich sehr, sehr stark von Micromanagement profitieren. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Armee, mit der könnt ihr einmal versuchen, in die Schlacht zu gehen. Und ich zeige jetzt euch mal eine Aufstellung, wie das Ganze funktionieren kann. Plenkler-Tutorial-Video habe ich euch gerade oben rechts verlinkt, vor ein paar Sekunden. Klickt da drauf. Das erklärt euch, warum Plenkler-Kavallerie praktisch die beste Einheit im Spiel ist. Natürlich ist keine Einheit alleine die beste Einheit im Spiel. Das ist dann immer insbesondere dann, wenn ihr sie richtig einsetzt und in Kombination mit den anderen Einheiten eurer Armee. Ist natürlich auch klar. Wenn ihr alles voller Plenkler habt, dann neigt das dazu auch nicht mehr so gut zu funktionieren. Okay, jetzt habe ich hier so eine Armee aufgebaut. Ich empfehle euch, guckt euch die Tutorials zur Armeesteuerung an. Das ist in der Tutorial-Playliste. Und macht euch Kontrollgruppen. Zum Beispiel könnt ihr eure gesamte Infanterie in Kontrollgruppe 5 zum Beispiel packen. Etwas weiter weg. Wenn ihr mit WASD steuert, dann müsst ihr normalerweise nicht so häufig draufklicken. Ganz wichtig, wenn ihr so eine... Also jetzt stellen wir mal kurz erstmal alles auf. Kanone irgendwo nach hinten. Drückt hier unbedingt auf den Wachmodus, damit sie nicht anfängt irgendwie loszulaufen. Und dahinter kommen dann eure Fernkämpfer. Fernkämpfer. So. So. Das ist jetzt mal die grundlegende Formation. Und dann kommen ganz nach hinten Karl Franz, Zauberer und eure Demigreifen. Die stellt ihr irgendwie so auf. Vielleicht so links und die rechte Flanke. Und ihr könnt euch dann überlegen, je nachdem wie der Gegner sich auf euch zubewegt, von wo wollt ihr loslegen. Eure Plenkler-Kavallerie könnt ihr entweder aggressiver nach vorne stellen. Und schon mal direkt, wenn der Schlacht losgeht, auf den Gegner zureiten, um ihm Schaden zu machen. Hier ist es möglich, dass ihr auf den Plenkel-Modus geht. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr sie mal vergesst, weil sie von alleine weglaufen. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil. Jetzt habe ich hier zum Beispiel schon mal eine Standard-Armee-Formation. Wichtig, Frontlinie an Infanterie. Eure Fernkämpfer zieht ihr am besten deutlich hinter die Frontlinie zurück. Denn sonst können sie relativ schnell nicht mehr schießen. Und der Gegner, wenn er durch die erste Linie durchgebaut ist, sofort bei euren Fernkämpfern. Und die könnt ihr nicht aufhalten. So könnt ihr jetzt zum Beispiel in die Schlacht gehen und sagen, okay, ich lasse es einfach so stehen. Bewege mich so auf den Gegner zu oder bleibe einfach stehen. Ich habe die Artillerie. Und wenn irgendwo der Gegner versucht zu flankieren, haut ihr mit eurem Hammer aus Demi-Greifen und Karl Franz drauf. Ihr müsst wirklich diesen Hammer immer gemeinsam bewegen. Das ist genau diese Kombination. Das ist euer Damage-Blob. Demi-Greifen-Ritter mit Hellebaden plus Karl Franz plus Heilung. Wenn sich hier in der Frontlinie ein Kampf ergibt und der Gegner hat keine mobilen Einheiten, dann müsst ihr mit eurem Damage-Blob von der Flanke kommen und den Gegner zerstören von hinten. Das ist die Taktik hier. Was ihr übrigens auch noch tun solltet, ist, nicht eure Armeen so flach aufstellen. Das ist nicht sehr gut. Hier muss nämlich nur ein Zauberspruch wie der flammende Schädel reinkommen oder das Pendel und der Explosionszauber. Und dann ist eure halbe Armee kaputt. Wollt ihr nicht. Deswegen stellt sie immer leicht versetzt auf. Ungefähr so. Könnt ihr euch auch dazu entscheiden, die Flagge Landen ins Zentrum zu packen. Genau wie die Söhne Sigmas, weil die unbrechbar sind. Und stattdessen eure Sperrkämpfer mehr nach links und rechts zu packen, um die Flanken ein bisschen mehr zu schützen. Auch das ist möglich. Hier bei dieser Armee müsst ihr auf jeden Fall darauf achten. Das ist eine defensive Armee. Ihr erwartet, dass der Gegner zu euch kommt, weil ihr die Kanone habt und weil ihr die Plänkler habt. Damit könnt ihr ihn zu euch locken. Wenn der Gegner allerdings selbst mehr Fernkampf, mehr Artillerie haben sollte, dann unbedingt so schnell wie möglich den Plan ändern und auf den Gegnern zulaufen. Denn der Gegner, wenn er viel Fernkampf hat, macht er natürlich im Fernkampf viel Schaden. Aber sobald ihr ihn im Nahkampf bindet, könnt ihr ihn mit eurer Armee zerstören. Und so kann das zum Beispiel aussehen. Übrigens auch die Einheit im Hintergrund gerne in den Wachmodus stellen, die Fernkämpfer, damit sie, wenn der Einheit flieht, nicht direkt im Hinterherlaufen. Und so kann eine standardmäßige Armee aussehen. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz gut. Das kann sich gegen ziemlich viel erwehren. Muss natürlich nicht gegen alles helfen. Wenn jetzt der Gegner mit einem Sackvoller Verstoßner kommt als Chaos, dann überrennt er die Infanterielinie sehr, sehr schnell. Und dann müsst ihr schon schnell und gut agieren mit euren eigenen Demi-Greifen-Ritten, um das Ganze abzufangen. Aber klar, man muss mit allem Möglichen rechnen. Wenn ihr sich fragen, wollt ihr Bi-Hand-Kämpfer mitnehmen, dann kommen wir in tiefere Meta, ob man Bi-Hand-Kämpfer haben will oder nicht. Oder vielleicht statt, weil jetzt kann man sich hier Bildvarianten überlegen. Wenn ihr sagt, ich will eigentlich nicht zu viel meines Geldes, weil hier steckt in den Demi-Greifen und Karl Franz ja unglaublich viel Geld. Wie viel ist das? 3, 4, 5, 6.000 zusammen mit dem Jadezauber. Da könnt ihr sagen, naja, ich lasse das lieber, ich lasse die hier weg und möchte auch keinen Karl Franz haben und auch keinen Zauberer. Sondern ich nehme zum Beispiel Balthasar Geld mit. Das ist dann gleichzeitig schon ein Zauberer auf Quecksilber. Kann mit einer Kanalisierung reinkommen, mit sengendem Verderben. Das reicht eigentlich schon. Sengendes Verderben allein ist ein richtig guter Zauber-Spruch, finale Transmutation, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann habt ihr auf einmal noch 5.000 Gold übrig und könnt sagen, naja, anstatt zweimal Demi-Greifen, packen wir jetzt einfach 1, 2. 2, 3, 4 mal Ritter des Imperiums rein. Und vielleicht noch mehr Plänkler. Oder ihr lasst die Plänkler weg und nehmt nochmal eine Kanone mit. Oder ihr nehmt nochmal Cavalry mit. Zum Beispiel Rijksgarde. Dann habt ihr eine richtig starke Cavalry-Truppe. Selbst wenn ihr Gegner mit Verstoßen entkommt, habt ihr damit die Möglichkeit, über den Gegner hinweg zu preschen. Ja, also das ist eine mögliche Armee des Imperiums und wie man sie aufstellt. Auch die hier ist immer noch eine flexible Armee, weil ihr habt die Frontlinie. Ihr habt Plänkler, um gegen eure fliegende Einheiten zu stören. Hier habt ihr jetzt eine sehr starke, aggressive Truppe. Die könnt ihr zwar nicht heilen, aber die ist auch nicht so teuer und ihr habt viel mehr davon. Deswegen ist es nicht so schlimm. Und bald das Geld müsst ihr natürlich dann auch von eurer eigenen Cavalry durch die eigene Cavalry schützen. Einer der Nachteile ist, dadurch, dass ihr jetzt nicht mehr die Demi greifen habt, dass ihr nicht mehr so gut gegen gegnerische große Einheiten vorgehen könnt, dann müsst ihr euch ein bisschen mehr auf eure Musketen, eure Plänkler und die Armbrustschützen verlassen. Aber so hat jede Armeeaufstellung ihre Vor- und ihre Nachteile. Springen wir mal zu einer anderen Armee. Wir gehen zu den Grünhäuten, weil das ist auch eine meiner Lieblingsarmeen. Zusammen mit dem Imperium. Falls ihr euch übrigens eine Armee wünscht, lasst gerne einen Kommentar. Enter dem Video da, dann gucken wir uns die auch mal an. Die Grünhäute. Also das Imperium ist schon eine sehr intensive Hybridarmee. Die Grünhäute auch allerdings tendieren. Die Grünhäute deutlich mehr in Richtung offensiv, wo das Imperium eher so ein bisschen in Richtung defensiv geht. Klar kann man beide Armeen in beide Richtungen ausbauen. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, Armeen aufzubauen, je nachdem, welchen Gegner man erwartet. Und was man vorhat. Aber wie gesagt, in diesem Video erstmal Blick auf allgemeine Armee-Zusammenstellungen. Lordmäßig wird bei den Grünhäuten generell gerne Grom, der Fettsack, gewählt als General. Weil er regeneriert und Regeneration ist praktisch eine kostenlose Heilung. Das ist schon sehr, sehr gut. Kann außerdem mit Sprache der Jungs um sich herum buffen und mit dem Glücksbanner sich für eine Zeit lang fast unverwundbar wachen. Mit Schadensresistenz wird er zwar langsam teuer, aber das ist schon mal eine Kombination, die man gerne sieht. Für den Damage-Maximierer ist Grom's Axt noch eine gute Sache und so weiter. Ja klar, die Skills sind schon sehr in Ordnung. Alternativ könnt ihr, also dann könnt ihr zum Beispiel, beziehungsweise ihr müsst noch einen Zauberer mitnehmen. Wie gesagt, immer einen Zauberer mitnehmen für die extra Ressource. Das kann zum Beispiel eine Flusshexe sein. Seelenraub als direkter Schadensspruch zusammen mit Bioner Schicksal gegen etwas elitärere Einheiten. Das geht eigentlich immer. Man muss nicht viel darüber nachdenken. Einfach Seelenraub, Carsten, Bioner Schicksal, Carsten, los geht's. Und zusätzlich können wir noch die zermürbenden Worte mitnehmen, um Gegner festzuhalten. Was auch eine schöne Sache ist. Vielleicht Lebensentzug für mehr Magie. Das geht jetzt schon. Damit kann man, das reicht schon als Caster. Alternativ könnt ihr hier auch eine sehr schöne Wahl vom Nachtgoblin-Shamanen haben. Also die Skills vernichtenden Blicke, fiese Stiche und Quellen des Jucken sind sehr, sehr schöne Buff- und Debuff-Skills, die auch nicht so viel kosten. Vor allem, wenn ihr es mit dreistem Klauen kombiniert und den Gegner dann die ganze Zeit seine Energienachnadelung rauszieht. Ist nicht schlecht. Hier Warnpilze, vielleicht nicht ganz so wichtig. Und jetzt habt ihr, wenn ihr einen gegnerischen Lord snipen wollt, der fliegt. Vielleicht noch vernichtender Blicke, ist auch nicht so teuer. Und ihr habt einen super günstigen Lord für 685, der übrigens auch schleichen kann, den sieht keiner. Also das ist auch eine Wahl, die ich gerne habe. Aber auch, die Grünhäuter haben echt viele gute Zauberer. Auch Org-Shamane, das ist mehr der aggressive Zauberer, der mehr Damage dealen kann mit dem Hirnberster oder buffen kann mit Gorksfäusten. Auch der schon super, super Zauberer. Grünhäuter haben echt gute Zauberer dabei. Und eigentlich hat jeder Zauberer gute Magie, meiner Meinung nach. So, tun wir mal so, als hätten wir jetzt einen Schamanen mitgenommen. Nachtgott mit Schamanen. Der hat fiese Stiche, vernichtenden Blick und quälendes Jucken und dreistes Klauen. Passt soweit. Ihr könnt also eben noch Pechkohl und Zauberstatt mitnehmen für mehr Mana, wenn ihr Bock habt. Aber lassen wir es mal weg. So, dann habt ihr jetzt einen recht aggressiven Infanterie-Weghauenden, aber auch gegnerische Generäle kaputtmachenden Grom, der Fettsack. Ihr könnt natürlich auch Azak, den Vernichter mitnehmen. Oder Wurzak, das sind selbst zwei Laws, die selber auch Magie mitnehmen können. Ja, allerdings keine Regeneration, das sind aber beide. Haben beide sehr, sehr große Vor- aber auch Nachteile. Ja, wie es halt so ist. So, jetzt als Armee. Auch hier würde ich euch empfehlen, nehmt was halbwegs Ausgeglichenes mit. Und die Grünen heute können entweder mit einem Sack voller Org-Moshas oder Wild-Org-Moshas in der Ansturm. Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen aggressiver in die Schlacht. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, okay, wir nehmen mal zwei, drei, vier Wild-Org-Moshas. Wild-Org-Moshas und Moshas generell, und auch Wild-Orgs, sind super gut im Ansturm. 34 Ansturm-Bonus, außerdem noch plus 10 Nahkampfangriff, das heißt 50 Nahkampfangriff. Postbonus gegen Groß und der rüstungsdurchdringenden Schaden ist auch gar nicht mal schlecht. 25% physischere Tentsgegner, die magische Angriffe haben oder viel Fernkampf, können die zwar zerschießen. Deswegen braucht ihr allerdings für eure Wild-Org-Moshas normalerweise noch einen Schutzsturm aus Goblins. Zwei bis vier Goblins sollten mehr als ausreichen. Die absorbieren zum Beispiel Cavalier-Angriffe oder Fernkampf und laufen vor oder in Flanken eurer Wild-Org-Moshas herum. Und das ist praktisch euer Kern der Armee, der Hammer, der auf den Gegner schlägt. Und jetzt solltet ihr unbedingt noch ein paar Plänkler mitnehmen, denn Grün heute haben wirklich zum Teil die günstigsten Plänkler, die es gibt. Gerade mal 400 Gold für Goblin-Wolfs-Reiter mit Bogen. Nehmt auf jeden Fall nochmal einen Spinnen-Reiter der Wald-Goblins mit Bogen mit, weil die noch Gift-Schaden machen. Und ihr könnt, falls ihr noch mehr Damage haben wollt, Rock-Robs-Reiter mitnehmen. Die haben rüstungsdurchdringenden Schaden und zwar sehr, sehr viel. Und das reicht eigentlich. Viermal Plänkler-Kavalerie haut richtig gut rein. Der Gegner muss sich extrem in Acht davon nehmen, von denen nicht zerschossen zu werden. Wie gesagt, Plänkler gehören zu den besten Einheiten meiner Meinung nach. Artillerie solltet ihr ihn mit so einer aggressiven Formation eher nicht verwenden. Falls ihr mit Grün heute auf Artillerie gehen wollt, geht's. Geht schon. Aber ihr könnt zum Beispiel eine günstige Goblin-Steinschleuder mitnehmen, falls ihr irgendwas hinten drin stehen wollt, lassen wollt. Aber es ist nicht unbedingt. Ich bereue es dann auch tendenziell eher wieder, wenn ich sowas mitnehme. Ich meine, vielleicht gegen Breton ist ganz okay. Wenn man erwartet, das kann man auf die teuren Kavalerie-Einheiten werfen, dann ist das schon in Ordnung. Aber auf jeden Fall nicht Pflicht, muss man nicht mitnehmen. Dann, die Grün heute profitieren normalerweise auch sehr von Steintrollen. Steintrollen sind sehr gute, sehr viel Schaden verursachende Einheiten, die aus denen noch Regeneration machen, Regeneration haben und Geschossresistenz haben. Das heißt, manchmal sieht man Org-Spieler auch eher weniger Wild-Org-Morschers mitnehmen oder gar keine. Und stattdessen normale Org-Jungs mitnehmen oder Wild-Orgs und alles voll mit Steintrolle packen. Geht auch. Ist vielleicht sogar die bessere Wahl. Aber ich persönlich bin großer Freund der Wild-Org-Morschers. Ich mag nicht ganz so viele Monströse-Einheiten mitnehmen. Aber definitiv möglich. Oder ihr könnt sogar sagen, hey, ich will gar keine Steintrolle. Ich möchte lieber jetzt zusammen mit dieser Infanterielinie aus Sturm und Verteidigung oder beziehungsweise Sturm und Kanonenfutter will ich jetzt noch einen Haufen Kavali mit reinpacken. Zum Beispiel Moschers, der Org-Wildschwein-Reiter. Die gar nicht schlecht sind. Halt nur im Ansturm sind sie richtig gut. 50-Ansturm-Bonus im lange angehenden Kampf sind sie nicht so richtig stark. Könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, 1, 2, 3 und vielleicht noch Mondanheuler. Für die Angst. Dann habt ihr hier eine recht starke Ansturmarmee, auf die ihr achten müsst. Und jetzt könnt ihr sagen, hey, wenn ich eine Ansturmarmee mitnehme, lasse ich doch vielleicht Krom den Fettsack weg und nehme direkt Warzak mit. Weil Warzak eher der Wild-Org-Boss ist, weil er die extrem gute Fähigkeit hat. Äh, wo ist es? Ähm, wo ist es? Hier, Knochenholzstab. Das Ding ist mega genial. Wenn ihr günstige Zaubersprüche mitnehmt, wie ein Hirnberster, Monksblick und vielleicht noch Gorksfäuste, die ihr die ganze Zeit castet, bekommt ihr die ganze Zeit plus 12 Nahkampfangriffe für 17 Sekunden. Und alles, was ihr in den Nahkampf werft, da könnt ihr vielleicht zum Beispiel sagen, naja, okay, nehmt doch weniger Plänkler mit und geh noch mehr auf Nahkampf. Bufft eure gesamte Armee um 12 Nahkampfangriff. Und mehr Angriffsbonus im Ansturm. Der ist richtig krass. Der ist richtig krass. Dafür ist auf der Negativseite Warzak halt ziemlich schwach auf der Brust. Mit 25 Nahkampfabwehr und 30 Rüstung ist es sehr, sehr schnell tot. Gut, wenn man nicht aufpasst, ist mir das ein oder andere Mal auch passiert, müsst ihr ihn unbedingt mit euren Plänklern oder eurer Kavalerie schützen. Aber manchmal geht das nicht, wenn der Gegner einen fliegenden Seelenraubheld dabei hat oder ihn mit Adlerie kaputt schießt. Ähm, genau. Oder, ja, oder so ist zum Beispiel eine Formation, die man mitnehmen kann. Oder geht auch so. Asak der Vernichter auf Schädelbeißer mit Seelenraub und Bioner Schicksal. So, was haben wir hier? Nahkampfangriff Boni kann man mitnehmen, wenn man möchte, muss man aber nicht. Und kann man sagen, okay, ich will jetzt nicht die Moschers mit dabei haben, sondern ich nehme mir vielleicht mal was Traditionelles, trotzdem Aggressives mit. Ähm, das wäre dann zum Beispiel das hier. Ihr könnt Goblinbogenschützen mitnehmen. Übrigens sind Grün heute wirklich überraschend stark im Fernkampf. Ähm, gerade Spickerschützen der Orks sind, oder Spickerschützen der Wild Orks, die ganzen Spickerschützen sind echt überraschend gut dafür, dass sie eigentlich Fernkämpfer sind. Gerade die Wild Orks mit 24 Nahkampfangriff und 25% physische Residenz plus Raserei. Das heißt, sie haben die Fernkampfeinheit mit 34 Nahkampfangriff. Da hat Plänkler-Kavalerie nichts zu lachen, wenn sie denen in die Nähe kommt. Ähm, aber generell würde ich sagen, okay, ich nehme zum Beispiel vier Goblinbogenschützen mit, super günstig. Viermal Goblins, ein paarmal Plänkler. Und dann könnt ihr den Rest, ihr könnt auch zweimal fiese Schlitzer mitnehmen, um den Gegner abzufangen. Ähm, und dann könnt ihr zum Beispiel Orkjungs mit reinpacken. Orkjungs, normale Infanterie ist jetzt nicht so sonderlich stark, das wäre mehr so eine defensive Armee. Komm, wir haben halt keine defensiven Ork-Armeen, aber zum Beispiel jetzt zweimal Goblinbogenschützen. Die gehen eigentlich immer, lassen wir vielleicht nochmal einen Plänkler da. Ähm, die fiesen Schlitzer, um den Gegner festzuhalten. Und dann können wir ein paar Ork-Morschers reinpacken. Eins, zwei, drei. Ich bin ein Fan von den Ork-Morschers, die überrennen die Gegner schon ziemlich gut. Nochmal ein bisschen Kabellerie, auch die Ork-Wildschweinreiter sind im Ansturm echt gar nicht schlecht. Nicht mit ihrem rüstungsdurchdringenden Schaden, wenn ihr die anständig einsetzt. Und die sind auch überraschend günstig. Noch einmal Spinnreiter der Waldgoblins. Und damit könnt ihr jetzt zum Beispiel in die Schlacht gehen. Die Orks haben wirklich sehr viel schöne Flexibilität. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier im Rahmen dieses Videos nicht viel zu sehr verwirrt, als ich geholfen habe. Ich meine, die ganze Armee-Zusammenstellung geht eine Menge Erfahrung rein. Aber, ja, die 3000 Stunden Total Warhammer, davon das meiste Multiplayer, haben sich immerhin so ein bisschen ausgezahlt, um normale Armeen aufzustellen. Aber das ist jetzt mal so eine Armee, die ist jetzt nicht so extrem anders als das Imperium. Hat natürlich viel mehr Einheiten, weil wir günstigere Einheiten dabei haben. Die würdet ihr jetzt folgendermaßen aufstellen. Also, die Goblins kommen nach vorne, stellen sich so ein bisschen verteilt auf. Wenn der Gegner mit Planklern oder mit Fernkämpfen auf euch schießt, blockieren die Goblins alles. Und dazu sind sie auch da. Sie sind dazu da, um abgeknallt zu werden. Wenn der Gegner mit seinen Einheiten auf diese Goblins schießt, dann ist das für euch ein Gewinn. Wenn der Gegner stattdessen auf die Wild-Ogen-Mosser schießt, ist das für euch ein Verlust. Okay. So, am besten stellt ihr die Moshas so ein bisschen in die Lücken rein. Damit, falls ihr aus Versehen mit den Goblins in den Nahkampf angeht, das solltet ihr nicht tun. Ihr solltet mit den Goblins, bevor ihr beim Gegner seid, stehen bleiben. Damit die Moshas durchchargen können. Damit sie nicht einfach an den Rücken der Goblins hängen bleiben. So, jetzt könnt ihr hier eure fiesen Schlitzer irgendwo nach hinten packen. Die sind toll. Mit der Rauchbombe können sie Gegner verlangsamen, um sie zu einem gefundenen Fressen zu machen. Zum Beispiel für eure Kavalerie, die wir jetzt hier dabei haben. Ist jetzt nicht die stärkste Kavalerie, aber sie ist gefährlich. Ritter des Imperiums sind die bessere Ansturm-Kavalerie. Aber die Org Wildschweinreiter, dann für den müsst ihr euch wirkliche Nacht nehmen. Wenn ihr irgendwo eine Kavalerie-Einheit habt, das Ritter des Imperiums oder der Chaosritter selbst, die Org Wildschweinreiter, wenn ihr von denen eingefangen werdet und die greifen euch in die Flanke an oder so, boom, 48 Angriffsbonus, 20 rüstungsdurchdringende Waffenstärke, dann wird vielleicht noch der War gecastet, boom. Euer Regiment schmilzt nur so dahin. Okay, das habt ihr hier. Die Bauern ist jetzt mal fertig. Ein paar Bogenschützen. Die günstigen Bogenschützen der Goblins, die lohnen sich eigentlich fast immer, weil für das, was sie kosten, sie haben so viele Modelle und können potenziell so viel Schaden machen, dass der Gegner irgendwas irgendwann darauf schicken muss, damit sie nicht viel mehr Damage machen, als sie es eigentlich wert sind. Deswegen ist das schon eine ganz okaye Einheit, die sich fast immer lohnt mitzunehmen. Und Moment, jetzt haben wir hier nochmal eine weitere Spinneneinheit, Spinneneinheit, die ich vergessen habe mit reinzupacken. So, das heißt, das ist eine okaye Kablerieeinheit. Kann man nicht so viel meckern. Und dann kommen natürlich noch die Plänkler dazu. Und Wurzak, äh, nee, Azak, der Vernichter. Der fliegt durch die Gegend. Überall, wo ihr gerade Entsetzen braucht, könnt ihr ihn hinziehen, damit die Gegner ein bisschen schneller fliehen. Durch das Entsetzen, das er verursacht. Und gerne mal Seelenraub. Und Bioners Schicksal casten. Im Nahkampf ist er okay, aber jetzt nicht wirklich der guße Nahkampf-Lord, wenn ihr im Kampf gegen Karl Franz seid. Besser die Fliege machen und abhauen, weil das wird er nicht gewinnen. Wenn ihr seine Buffs mitnehmt, würde er nochmal ein bisschen besser, aber auch viel teurer. Ja, kann man. Dann kann ich ihn in den Nahkampf schicken, aber nur wirklich in Ausgewählte. So, Plänkler können nach vorne kommen. Und jetzt habt ihr hier eine ganz nette Ork-Armee, die im Gegensatz zum Imperium, die besser dazu geeignet ist, stehen zu bleiben. Die hier ist viel besser dazu geeignet, anzugreifen. Das heißt, wenn das Gefecht beginnt, würdet ihr eure Armee hier nehmen und so ein bisschen schräg euch hinbewegen und auf den Gegner zulaufen. Und klar, jetzt kommen die Feinheiten. Ja, wo kommen die gegnerischen Plänkler her? Müsst ihr eure eigenen Plänkler hier wegschicken? Was müsst ihr eigentlich machen? Könnt ihr mit den Goblins vor? Müssen die Wildorgs wieder doch ein kleines bisschen zurück, damit der Gegner nicht auf sie schießen kann? Und so weiter. Da gibt es tausend kleine Nuancen, auf die man dann achten muss. Aber hier jetzt mal so ein Beispiel. Wenn der Gegner jetzt so eine Infanteriestreitmacht hat, könnt ihr... Also am besten ist es natürlich, auf solche Chaoskrieger direkt von hinten zu schießen, wo ihre Schilde nicht wirken. Und jetzt das Feuer zum Beispiel... Oh Gott, da kommt Archer und der Ewige aus. Da kommt Archer und der Ewig auserwählte. Schickt eure Plänkler weg. Die KI ist zum Blick ziemlich dumm. Und Azak, der Vernichter, kann direkt mal einen Seelenraub hier rauscasten. Sehr, sehr aggro euer Gegner. Und wenn ihr seht, okay, unser Gegner hat ja gar keine Mobilität, schickt ihr schon mal die Kavallerie über die Flanke und lässt ihn mal langsam, langsam, langsam durchlaufen. Während Azak, der Vernichter sich gerade hier selbstmordend... Während er selbstmordend das Zeitliche segnet. Während die Plänkler gerade alle zu den Seiten ausweichen. Ähm, so. Und um die zu schützen, ja, okay, wir können auch mal draufgehen. So, unsere Kavallerie hat mittlerweile ihre Flankebewegung abgeschlossen. Ihr solltet, seid vorsichtig, ihr solltet nicht in Panik geraten, den Gegner kaputt zu machen. Lasst euch Zeit mit eurer Kavallerie, damit sie wirklich den maximalen Damage machen kann. So, jetzt bereuten wir jetzt hier zum Beispiel gerade den Angriff vor. Und wenn der Angriff kommt, ist es auch sehr sinnvoll, Azak den Vernichter in der Gegend zu halten, weil er jetzt seinen Schaden machen kann. Beziehungsweise sein Entsetzen verursachen kann. So, jetzt kommt der Angriff. Mehrere Seiten. Go, go, go. Und Azak kommt. Und ihr seht, die Lebenssendien... Jetzt kommt auch gleichzeitig noch der War. Der ist perfekt. Wir können das Ganze mal pausieren. Durch den War-Bonus bekommen die Org Wildschweinreiter als 38 Waffenstärke 46 Nahkampfangriff und mehr Schadensbonus. Und das wird schon reichen, um diese ganzen Chaoskrieger in Stückchen zu häckseln. Ihr seht, der Damage, der gerade verteilt wird. Jetzt sind sie schon halbtot. Jetzt sind sie noch mehr tot. Führerschaft bricht zusammen. Jetzt kann man Azak nochmal reinschicken. Und der ganze Haufen ist direkt weg. Das ist die Stärke eines Angriffs von Cavalry in den Rücken. Und seht, ihr hatten vorher noch, bevor der Angriff erfolgt hat, es hatten sie noch deutlich über die Hälfte der Lebensenergie. Und schon sind sie weg. Übrigens hier, der Riese ist übrigens fast tot. Wenn ich frag, was hat denn den getötet? Innerhalb der letzten 30 Sekunden, oder der letzten Minute her, sind die zwei Goblin-Bogenschützen-Regimente mit 387 Goldwert ausgeteilt und hier 355 ausgeteilten Goldwertschaden. Und die haben den Riesen richtig eingeheizt. Die Wild-Orgmoshas haben nochmal so viel Schaden gemacht wie die Goblins. Aber im Gegensatz zu den Wild-Orgmoshas waren die Goblins gar nicht im Nahkampf und konnten locker aus der Entfernung ihren Damage machen. Und so, das ist ein kleines Beispiel, wie man eine Armee zusammenstellen kann mit den Grünhäuten. Es gehen natürlich viel aggressivere Armeen. Es gehen auch Armeen, die man fast nur aus Kabarett aufbauen kann. Klar, alles ist möglich. Das sind jetzt mal nur zwei Beispiele. Und wenn ihr Bock habt, ihr könnt euch sagen, okay, ich verzichte auf den ganzen Fernkampf und gehe voll auf Infanterie-Linie. Ist das auch was, was man machen kann. Können wir uns mal zusammenstellen? Orgsturmarmee. Die Orgsturmarmee würde zum Beispiel so aussehen. Dann sagen wir, okay, all diese verschiedenen Einheiten, Typen, die machen das Spiel kompliziert. Das will ich alles nicht. Kann man sagen, okay. Okay, wir nehmen Wurzak mit. Mit Hirnberster, Gorgsfäusten und von mir aus noch Morgsblick. Rache des Wurzak. Kriegsbemahnung für physische Resistenz. Macht des Wurzak für mehr Magie. Götzenbild fürs Festhalten. Und Knochenholzstab für Zaubern. Und hier für Cleversnick auch erklären. So, soweit. Dann könnt ihr sagen, okay. Wir nehmen mal zwei Schwarzorgs mit. Ungewöhnliche Wahl. Sieht man bei Orgs nicht ganz so häufig. Nicht unbedingt das beste. Teure Regiment für 1.150. Aber wenn der Gegner nicht damit rechnet und sich nicht darauf eingestellt hat, können die auf jeden Fall extrem viel des Gegners zerreißen. Dann nehmt ihr mit 1, 2, 3, 4 mal Wildorg Moshas, 2 mal fiese Schlitzer, um gegnerische schnelle Einheiten abzufangen. Trotzdem nochmal ein paar. Vielleicht 3 mal Goblin-Regimente, um den Gegner abzufangen. Und packt noch 1, 2, ja vielleicht einmal Wildorg Moshas weniger rein. Oder ihr sagt, okay, komm, wir halten das ganz einfach. Wir nehmen 4 mal Steintrolle mit. 4 mal Wildorg Moshas. Oder ihr sagt euch, hm. Ah ja, wohl, das ist eigentlich eine Armee, die man schon machen kann. Allerdings fehlt jetzt die Mobilität. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen wenig Mobilität. Ich würde schon gerne Plankler mitnehmen, aber ihr könnt auch sagen, okay, was soll's. Packen wir Org Wildschwein Reiter rein stattdessen. Und dann habt ihr eine relativ einfache Armee, die fast nichts anderes kann, außer vorzulaufen und den Gegner platt zu machen. Goblins vor, fiese Schlitze, um Gegner aufzuhalten. Wildorg Moshas zusammen mit Steintrollen, um Gegner zu durchbrechen. Aber wenn ihr nicht durchbrecht durch den Gegner, wird die Armee natürlich sehr schnell aufgerieben. Aber das ist praktisch der Preis, den man für solche Anstromarmeen zahlen muss, wenn man nicht durch den Gegner durchkommt und nicht genug flankiert. Also flankieren ist ganz wichtig. Wenigstens mit der Kavalerie, aber auch Steintrolle. Könnt ihr übrigens auch durch die gegnerische Infanterie durchziehen, um zum teuren Fernkampf zu kommen. Dann geht auch sowas. So, ich hoffe, es hat euch geholfen. Und ich fand es gut, mal ein Diskussionsvideo zu haben, wie man Armeen zusammenstellt. Falls ja, lasst mir gerne den Daumen hoch, da weitere Tutorials, wie gesagt, beim I. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020